Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y! Beim letzten Mal war ein unglaublich epischer Part, in dem wir das legendäre Pokémon Iwital unter anderem gefangen haben und Flordidis Pläne, die Welt, die Menschheit zu zerstören, endgültig vereitelt haben. Wir können uns also getrost als die Retterin von Carlos und vielleicht der gesamten Welt beschreiben. Aber wir sind ja ganz bescheiden und setzen einfach unsere Pokémon-Reise fort, um noch den letzten, den achten verbleibenden Orden zu gewinnen, um an der Pokémon-Liga teilzunehmen. Dazu sind wir, oder bin nicht off-air, eben nach Fluxia City zurückgereist, denn südöstlich geht unsere Reise weiter. Aber als ich gerade auf dem Weg zum Zwischengang, zur nächsten Route war, ist einfach mal eine Bono-Nachricht herein geplatzt und die wollte ich euch nicht vorenthalten. Mal schauen, wer uns da schreibt, spricht natürlich Herr Proton. Ich hoffe, es geht dir gut. Können wir uns mal in Mosaria treffen? Was ein Zufall, das ist nämlich die nächste Stadt, in die wir reisen wollen. Oh, sorry Leute. Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Okay. Vielleicht, dass wir die Retterin der Nation sind. Vielleicht schenkt er uns irgendwas Schönes. So ein Megastein oder sowas. Als Dankeschön, das wäre doch angebracht, oder? Ich wollte eigentlich nur, ob er noch hier kurz in die Boutique schauen. Bin dann aus Versehen einen Schritt zu weit gegangen. Aber wir sehen schon auf den ersten Blick, alles, was sie hier anbieten, haben wir schon gekauft. Das hat damit zu tun, dass die Läden, ich glaube, das geht auch für alle Boutiquen hier in der Carlos-Region, dass ihr Angebot von Tag, also von Wochentag zu Wochentag immer variiert. Da ich meistens immer auf einen Freitag aufnehme, haben sie meistens leider immer die gleichen Kleidungsstücke im Angebot. So, in Fluxer City sind wir soweit eigentlich durchgekommen. Ah, und hier ist schon der Durchgang zur nächsten Route. Rute, nämlich die Rute, weil 18 Umkehrkampfgeschwister sind auf der Route zu finden. Okay, auf dieser Route dreht sich also um die für die Minenarbeit benötigten Loren und das rätselhafte Umkehrkampfhaus. Okay, ich denke, das werden wir uns in diesem Part wohl anschauen, wenn nicht zu viele Kämpfer auf uns warten. Ich habe übrigens nochmal kurz umgestellt, das legendäre Evil-Tal habe ich wieder rausgenommen. Andrea Berg zurück im Team. Außerdem ist Reesnet wieder mit drin für den guten Yoshi. So, aber jetzt setzen wir unseren Weg zur Pokémon-Meisterin fort, aber dürfen unsere sekundären Ziele nicht außer Acht lassen, zum Beispiel alle Papierkörbe dieser Welt zu kontrollieren. Guten Tag, dieses Tor für dich zur Route 18. Äh, lasst du mich auch vorbei? Die Route hier war ja längere Zeit gesperrt, weil einige Femmikula-Tunnel graben hatten. War viel Arbeit, das wieder in Ordnung zu bringen. Femmikula graben eben für ihr Leben gerne Tunnel. Was will noch machen? Femmikula! Sehr cooles Pokémon. Stahlkäfer-Pokémon der fünften Generation. Und diesen Weg, da weigere ich mich, den tatsächlich auszusprechen. Wobei, vielleicht doch einmal, oder? Route 18, auch bekannt als Valet-Trudeweg. Ich will Baguette. Ich will Baguette. Wieso denkt man bei Franzosen immer sofort an Baguette und an Rotwein? Das sind wieder so die typischen Klischees. Auch so, wenn man im Ausland, wenn man einen Engländer oder einen Franzosen fragt, wie stellt ihr euch den typischen Deutschen vor? Fetter Bierbauch mit Bierkrug in der Hand. Wisst ihr, am besten noch mit Lederhosen. Und sie mögen natürlich, wie soll's sein, Bratwurst. Ob Stein, ob Stein, ich mach nicht halt. Ich freue mich, wie mein Schuhwerk schnallt. Ich glaube, da habe ich gerade irgendwie einen kleinen Lesefehler eingebaut. Aber der war natürlich voll gewollt. Und du schaust mich schon so an, als würdest du gerne einen auf die Nase bekommen. Ich gebe es an meine Grenzen, denn Teenager wie ich kenne keine Angst. Du bist ein Teenager, du siehst aus wie ein 10-jähriger Rotzlöffel. Bist ja ein Kopf kleiner als ich. Den als Teenager zu bezeichnen. What the fuck? Und er kämpft mit einem fetten, dicken Käfer. Aber wir haben ebenfalls ein Käfer. Jan Mega gegen Kerapendra. Auch ein Pokémon der fünften Generation. Ich habe übrigens Off-Air, ich hab's endlich mal nicht vergessen. Ich hab nochmal die TMs durchgeschaut. Und musste leider feststellen, wir haben keine gute TM momentan für den guten Van der Wurge. Das einzige, was ich ihm beigebracht habe, ist Aero-Ass. Damit er zumindest noch eine Step-Attacke hier hat für den Schlitzer. Die guten Attacken wie Luftschnitt und Käfergebrummen lernt Jan Mega leider erst auf sehr hoch. Aber dürfte auch nicht mehr so lange dauern. Bis dahin müssen wir uns mit den Aero-Ass begnügen. Und das macht auch ganz gut Schaden. Ach doch nicht Toxin. Wieso vergiftest du uns? Warum? Was soll das? Finde ich nicht gut. Dann müssen wir nach dem Kampf spätestens mal wieder ein Gegengift einsetzen. Aber immerhin ist Kerapendra besiegt. Und ich glaube, er hat ja noch ein zweites Pokémon, wenn ich das richtig gesehen habe. Während Harun Level 49 erreicht. Und wir durch das Toxin noch ein bisschen Schaden nehmen. Und der Tempelschub auch noch wirkt. Da passiert eine ganze Menge zwischen den Zeilen. Und jetzt kommt ein Pinsier. Aber du hast bestimmt keinen Mega-Ring, oder? Das wäre der Hammer, wenn so ein kleiner Rotzlöffel, ein Random-Rotzlöffel, ein Mega-Ring hätte. Und Pinsier zu Mega-Pinsier entwickeln könnte. Aber Pinsier hätte ein bisschen mehr aus. Hat eine gute physische Verteidigung. Und setzt den Schwertanz ein. Auch der physische Angriff ist nicht zu unterschätzen. Vor allem von Mega-Pinsier. Das kann ziemlich fast alles one-hitten. Zum Beispiel mit Rückkehr. Denn durch die Mega-Entwicklung wird Mega-Pinsier zum Typ normal. Und wenn da ein Step draufkommt, das kann schon extremst reinhauen. Bei diesen guten Vieh. Geh, Pendre. Pinsier. Nicht weinen, junger Mann. Sie werden es überstehen. Vielleicht, wenn Sie Glück haben. Ach, hier seht ihr. Ich war vorhin noch in der TM-Box of Air. Habe übrigens auch noch ein paar Supertränke nachgekauft. Wobei, jetzt muss ich keinen einsetzen. Aber das Gegengift sollte eben behoben werden. Und es nutzt sich doch einen Supertrank einzusetzen. Denn dadurch werden die KP fast... Nein, nicht bei Harun. Dadurch werden die KP fast 100%ig voll. Scheiß auf die 4 KP. Wobei, die können natürlich auch wirklich entscheidend sein. Glaubt man manchmal ja nicht. Und jetzt haben wir natürlich den 247-Killer nicht dabei. Oder? Doch, den haben wir dabei. Was rede ich denn da? Ich weiß nicht mal, wer bei mir alles im Team mit dabei ist. What the fuck? Und da springt uns ein Pokémon an. What the hell bist denn du? Oh, ein Furnifras. Und wenn ich mich richtig erinnere, Furnifras war so, ja ich sag mal, der Feind von Fermicula. Die beiden Pokémon mögen sich überhaupt nicht. Fermicula sind die Pokémon, wie vorhin erwähnt, von diesen einen Bauarbeiter, die gerne Tunnel graben. Und wir finden eine Kerzerbeere. Hier könnten wir uns mit den Inlineskates nach unten schmeißen. Wollen wir das? Na komm, machen wir einfach mal. No Whisk, no Fun. Wir finden dadurch ein AP+. Wenn ich jetzt hier zurückkomme, dann lache ich aber. Das wäre Hammer, oder? Jetzt zurück. Äh. Mit dem Schwung. Ne, das geht natürlich nicht. Wäre auch ein Büschen physikalisch unlogisch. So, natürlich haben wir auch wieder hohes Gras hier auf der Route. Und Dornenbüsche. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück auf die linke Seite, sag mal. Vielleicht steht es ja hier. Bei Tipps für Trainer, nachdem ein Pokémon die Attacke Grasfeld eingesetzt hat, erhöht sich bei Pokémon die mit dem Bodenberührungstehen die Stärke von Pflanzenattacken um 50%. Okay. Also so eine Attacke wie Stachler und Giftspitzen. Die wird, wenn ein Pokémon in den Kampf kommt, okay. Und da scheint auch schon diese Mine zu sein, die wir beim letzten Mal, oder was schon in diesem Part, ich habe überhaupt kein Zeitgefühl mehr, liebe Freunde, von der wir schon beim letzten oder bei diesem Mal schon auf der Karte gelesen haben. Wir haben keinen Zertrümmerer. Das ist blöd. Hm. Die Route scheint ziemlich groß zu sein. Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hin soll. Ich gehe erst mal wieder zurück. Und Lauf einer Trainerin in die Arme, Beine, ins Gesicht. Okay, ins Gesicht würde ein bisschen komisch klingen. Oder aussehen. Ich wäre zu gerne in der Lage, die Attacke meines Pokémon auch selbst einzusetzen. Joa. Wird bei bestimmten Attacken bestimmt interessant. Kämpferin Georgia. Kommst auch aus dem Staat Georgia, wahr? Eine echte US-Amerikanerin. Schenkt Vichu in den Kampf. Ich hoffe, ein Aero-Ass wird ausweiten. Oh. Vichu ist schneller. Und das ist mal extrem scheiße. Denn jetzt wird unsere Initiative erhöht. Und jetzt wird höchstwahrscheinlich ja mega schneller sein. Aber gegen Attacken wie Sprungfeder haben wir den Scanner. Was uns schützt. Und unsere Initiative noch weiter erhöht, mein lieber Freund. Jetzt werden wir definitiv schneller sein. Und ich werde immer noch hoffen, wenn es ein One-Hit wird, wird es natürlich nicht. Er ist so doof und setzt nochmal Sprungfeder ein. Das ist halt der Nachteil bei Attacken wie Schaufler, Fliegen oder auch Sprungfeder. Das kann man perfekt mit Scanner, Schutzschild oder mit einem simplen Pokémon-Wechsel sehr gut abfangen. Keine gute Taktik. Und deswegen ist Vichu Geschichte. Der Kampf-Ninja. Das Katzen-Kampf-Ninja-Pokémon. Und Thunderbolt schon Level 49. Wenn ich so ein paar Parts zurückdenke, da war es noch weit, weit abgeschlagen. Und jetzt ist es auf dem gleichen Level-Niveau wie der Rest des Teams. Und er versucht Kältwände zu erlernen. Cool. Werden wir auf jeden Fall reinnehmen. Eine Step-Attacke Käfer. Leider auch physisch. Wie gesagt, Käfergebrummen und Luftschnitt wird noch wohl ein bisschen dauern. Leider Gottes. Aber die Katzen-Kampf-Ninja-Pokémon ist auf jeden Fall besser als die Verfolgung. Von daher nehmen wir sie auf jeden Fall erstmal mit rein. Weasen hat Level 51. Und wir besudeln. Wir besudeln und besiegen Kämpferin Georgia. Und bekommen noch einiges an Kohle. Was mich natürlich sehr freut. Aber ich sehe schon die Rute. Ach. Ah, okay. Alles klar. Ich dachte schon, die Rute wird noch riesig. Wobei, hier geht es auch noch ein bisschen weiter. Wir haben hier zum Beispiel ein Item. Einen Hyper-Trank. Ein Hyper-Trunk. Da wird man voll besoffen von, Mann. Okay, aber ansonsten ist hier nichts. Aber wir können uns auch vielleicht ein, zwei wilde Pokémon mal anschauen. Vielleicht gibt es ja hier noch neue Pokémon der sechsten Generationen, die wir einfangen wollen. Ein Stripoli. Level 45. Weil die wilden Pokémon sind auch nicht von schlechten Eltern. Soll nicht heißen, dass die gute DV-Werte oder so haben. Die Pokémon-Kenner verstehen schon, was ich meine. Und wenn nicht, dann seid ihr keine Pokémon-Experten. Und seid ihr Pokémon-Expertin und versteht es trotzdem nicht, dann seid ihr doof. Was ist bei... Was ist dir beim Bergsteigen lieber? Der Auf- oder der Abstieg? Na, gute Frage. Hoch kommt man ja meistens leicht. Runter ist meistens eher das Problem. Er schickt auf jeden Fall ein Flunschschild in den Kampf. Typ Elektro-Boden. Und dort werden wir mal wechseln. Und die Cat-Bland ist ja dazu da, nicht einfach nur einen Wechsel zu vollziehen, sondern den Pokémon auf der Gegenseite auch noch ein bisschen Schaden vorher zu verursachen. Er setzt doch garantiert eine Elektro-Attacke ein. Wenn wir mal eben zu 24-7-Killer wechseln. Vergeltung. Oh, okay. Aber Kampf-Attacken kannst du gerne einsetzen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Dafür bekommst du einen Eisenschädel. ins Gesicht, aber es ist nicht sehr effektiv. Ach stimmt, Stahl auf Boden. Oh, gut. Gegenseitig. Was? Lebenbrühe so viel abgezogen? Ist Lebenbrühe keine... Ach ne, Lebenbrühe ist eine Wasser-Attacke, ne? Ah, deswegen war es nicht sehr effektiv. Aber die hat trotzdem extrem viel abgezogen, auch wenn es ein Volltreffer war. Da machen wir mal lieber zwei Schattenstöße. Donnerblitz. Was? Das reicht sogar aus? Okay, speziell. Ist die Verteidigung von 24 nicht so gut? Hm, habe ich Flunschicht etwa unterschätzt? Ich hätte eigentlich auch zu Harun wechseln können. Irgendwie... Die heutige Aufnahme-Session ist irgendwie sehr merkwürdig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ich bin irgendwie nicht so ganz konzentriert. Allerdings ist dieser Part auch der letzte für die heutige Session. Denn ich habe heute noch ein, zwei kleine andere Dinge zu erledigen. Deswegen, ich hatte es schon im letzten Part angesprochen. Ich versuche ja immer wirklich tagtäglich ein Pokémon Y-Part rauszubringen. Hat letzte Woche schon nicht geklappt. Wird auch diese Woche nicht ganz klappen. Aber ich denke mal, ab nächster Woche wird sich das wieder normalisieren. So. Jetzt haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Erstmal in dieses Haus zu gehen. Und wir gehen erstmal hier ein bisschen lang. Es gibt anscheinend verschiedene Mineneingänge. Aber ich denke mal, die Mineneingänge heben wir uns für das nächste Mal auf. Vielleicht machen wir erstmal die ganzen Trainer hier drumherum. Damit wir beim nächsten Mal uns voll auf die Mine und dieses Haus eventuell noch konzentrieren können. Es sei denn, hier auf der Route ist sonst nichts mehr. Doch, eine Trainerin auf jeden Fall. Jetzt ist alles zu spät. Ein Zusammenstoß ist unverwaltbar. Du bist unglücklich auf mich gelandet. Ohre Sally. Schickt ein Granbull in the fight. Genau, sie schickt ein Granbull in the fight. Das haben wir wieder dieses Denglische. Immer diese Deutschen mit den englischen Wörtern vermischen. Das ist heutzutage schon sehr modisch. Ich vergesse jedes Mal wieder. Sind Käferattacken auf den Typ Fee normal oder nicht effektiv? Hm, ich greife mal hier zum Aeroas. Ich will auch nicht allzu viel Schaden machen. Wow. Das macht man überhaupt keine Schaden. Da nützt unser Temposchub auch mal überhaupt nichts. Deswegen werden wir mal wechseln. Auch wenn das jetzt nicht sonst intelligent war, denn durch Graserei steigt jetzt ein Angriff. Aber egal. So hat er noch ein bisschen Schaden mitbekommen. Und wir können wechseln. Natürlich doof, dass 24-7 Killer jetzt tot ist. nicht tot ist, natürlich kampfunfähig ist, muss ich sagen. Ähm, den bringen wir denn da mal. Andrea. Wieso nicht? Zwar 4 Level tiefer, aber mit deiner extrem guten physischen Verteidigung solltest du das wegstecken. Oh, der Knuttle hat nicht wenig abgezogen. Aber noch eine Attacke hältst du locker aus. Lawine. Hätte jetzt mehr Schaden gemacht, hätte... Hm. Hätte Andrea Berger als zweites angegriffen. Habe mich schon gewundert, dass er mehr Initiativen als Granbull hat. Aber nein, er hat den Brüller eingesetzt. Und der Brüller wird immer als zweites eingesetzt. Da sind wir wieder bei Jan Mega. Hm, Antikraft. Probieren wir es mal. die Spezialverteidigung von Granbull ist so stark und es reicht. Wunderbar. Da ist die Bulldogge an die Ketten gelegt und außer Gefecht gesetzt. Und natürlich wieder der Temposchub. Und es kommt Dedenne. Das war dieses Elektromäuschen Feen-Pokémon. Und gegen Feen haben wir was Effektives. Auch wenn er mit Elektro ebenfalls etwas Effektives gegen uns hat. Und auf jeden Fall als erstes angreifen wird. Ach, ist es nicht süß. Kleines Pikachu Verschnitt. Kleiner Pikachu Verschnitt. Matschbombe. Und das Donald. Ich glaube, das wäre unser Tod gewesen. Aber so können wir mit Matschbombe kontern. Und ihn one hiten. Und die liebe Göre Sally besiegen. Na nur, was ist passiert? Wo bin ich überhaupt? Hä? Wo bin ich? Was war ich überhaupt dir? Die scheint ein bisschen verwirrt zu sein, die gute. So, noch ein Zartumara Stein. Oh, Mann, ich habe jetzt keine Lust, die was in Zartumara beizubringen. Das ist schon das Ende der Route. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir schauen uns noch ein, zwei wilde Pokémon an. Und beim nächsten Mal werden wir uns entweder zuerst der Mine widmen. Ein Sandama! Oh, wie geil, Level 44. Ich liebe Sandama. Oder Sandamea. Die Sandamea, versteht ihr? Nee, aber Sandan vor allem ist eins meiner, oder das eigentlich mein Lieblings Pokémon. Seit der ersten Generation an. Ich liebe Sandan und natürlich auch Sandama. Aber unser Team ist voll. Ich habe sehr lange überlegt, es ins Team aufzunehmen. Aber da wir es relativ spät erst fangen konnten und können, habe ich mich dann doch für Nidoking entschieden. Aber gut zu wissen, dass man hier Sandama fangen kann. Ein sehr, sehr cooles und stylisches Pokémon. Jetzt schauen wir uns hier noch einmal in diesen Gras oder zweimal in diesen Gras um. Und dann ist auch Schluss für heute. Ein Georock. Okay, das ist jetzt nicht so weltbewegend, nicht so beeindruckend wie ein Sandama in meinen Augen. Aber trotzdem schauen wir uns noch ein weiteres Pokémon an. Hier scheint viele Boden, Gesteins und vielleicht auch Stahl-Pokémon zu geben. Und natürlich auch Kampfpokémon wie Stripoli. Ich will nicht wissen, was der genommen hat, um solche Muskeln zu bekommen. Das kann nicht gesund sein. Hände weg von den Drogen, liebe Freunde und Zuschauer. Ich würde sagen, damit werden wir aber diesen Part und wir wollen keinen Wunderttausch machen, werde ich aber bei Gelegenheit, wenn ich mich mal dazu entschlossen habe, mich mit WiFi zu verbinden, werden wir das auch mal irgendwann machen. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Bis dahin haben wir noch eine lange Reise. Wobei, so lange ist sie auch nicht mehr. Wie viele Städte müssen wir noch bereisen? Eins, zwei Städte, drei Städte, plus die Pokémon Liga. Dann haben wir schon alles in der Karos Region gesehen. Das heißt schon, nach 75, 76 Parts wird es auch so langsam aber sicher Zeit. ein und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht je nachdem wann ihr diesen Part seht und ich hoffe ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis